Dieser kleine Roboterfisch ist eine Attraktion für jedes Kind. Im Design eines Clownfisches kommt ein Fisch in der Größe 8x4x2 cm. Er besteht aus Kunststoff und die Batterien, die benötigt werden, sind enthalten. Der kleine Clownfisch beginnt zu schwimmen, sobald er in Wasser eingetaucht wird. Mehr finden Sie auf unserer Webseite www.closeup.de